Können wir eigentlich schon wieder aufsteigen? Ja, konnten wir schon. Schon wieder seit Ewigkeiten wahrscheinlich. Wir erhöhen Agilität und Glück einfach ein bisschen aggressiv. Die hängen ein bisschen hinterher. Agilität. Glück. Glück. Theoretisch könnten wir Agilität und Glück komplett vernachlässigen. Alles klar. Jawohl. Jawohl. Oh, jetzt ist wieder jemand gestorben. Sofort. Schon unterwegs. Einkaufsstrategie haben wir aktuell. Rüstungsmeister, Inferno, Gegenschlag und Ertragen kriegen wir noch. Jawohl. Schon unterwegs. So. Wir haben gelernt, dieses kleine Mädchen hat kein Gewissen. Also müssen wir an seinen Hochmut appellieren. Jawohl. Sofort. Befehl verstanden. Jawohl. Ausbauen. Wir benötigen 20 reiche Gebäude und... Und schon wieder müssen wir ein Kind der Satans richten. Dieses Mädchen wurde dabei erwischt, wie es die schwarzen Künstler ihrer Mutter praktizierte. Damit hat auch sie ihr Leben verwirkt. Ich habe meiner Mama wehgetan. Dafür werde ich euch genauso wehtun, Onkel. Delete. Mein Dorf. Mein Dorf. Mein Dorf. Überall brennt es. Kann denn jemand, den ähnlichen Satanspartner, endlich den dünnen Hals umdrehen? Ganz wie erwünscht. So, besser stoppt die Bründe. Gibt es nicht schon genug, Light? Dann habt ihr keinen Unterschied zu ihnen. Ihr befragt euch mit der gleichen Schande, die sie sich zuvor auflegt. Wenn ihr sie dem Blutzall zahlen lasst, seid ihr genauso schlecht, wie sie es sind. Nein, 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 nein. Ich bin nicht wie die. Mama hat ihr Wissen immer nur genutzt, um damit Gutes zu tun. Ist es denn verkehrt, wenn man nutzt, was man kann? Alles tun, um zu helfen. Es ist mir völlig egal, ob es eine schwarze Magie oder Gottes wirken ist. Wenn es einem Menschen geholfen hat, wenn einem Menschen geholfen wird, rechtfertigt es die Mittel. Vergeltung, Vergeltung hilft aber niemandem. Was soll ich denn jetzt tun? Mama ist fort. Vater hat uns schon lange Zeit verlassen. Ich habe niemanden mehr. Keiner hier will ich. Oder wollt ihr meine neue Mama sein? Ja, natürlich. Es wird nicht leicht werden und ich werde nicht immer für euch da sein können. Doch ich werde mein Bestes geben, Mädchen. Wollt ihr jetzt mit mir kommen? Ja, natürlich. Ich bin froh, dass ich hier wegkomme. Diese Leute werden an ihrem Hass ersticken. Warum sie selbst die Finger schmutzig machen? Mein Name ist übrigens Flair. Ich verspreche ihm jetzt artig zu sein und nicht eure ganze Stadt abzufackeln, weil mir jemand keinen Lutscher gebracht hat. Ich danke euch. Ihr habt nicht nur meine Tochter aus der Dunkelheit befreit, sondern noch mich. Ich war es, die sie aufgeheizt hatte, alle zu töten. Ich konnte nicht mehr klar denken, nachdem sie mich so übel hinterging. Oh. Mutter des Jahres, würde ich sagen. Aber das war falsch. Es verspricht den Lehren unserer beider Götter, anderen zu schaden. Bis da lag der Pfad zur Glückseligkeit im Dunkeln. Doch nun hat er sich für mich erneut aufgetan. Den Wohl, Todesretter. Gott war kein Unmensch. Er hatte die Reue gespürt und sein Verlorens Schaf die Pforten geöffnet. Könnten die Menschen nur sehen, was ich sah, so würden sie begreifen, dass auch eine Hexe von Gott geliebt wird. Level 10 erreicht. Wir haben es geschafft. Das Kind wird direkt gekidnappt. Sofort. Alles klar. Befehl verstanden. Alles klar. Ei. Nimm diese Freuigkeiten mit euch. Wenn ihr dieses Mönch, dieses Mönch noch einmal sehen müsst, dann gnade ihr Gott. Ei. Ja, bevor Gott irgendwie mir gnadet, einmal die Kraft erhöhen, bitte. Dann die Kraft erhöhen, bitte. Dann die Magie erhöhen, bitte. Ei. Schon unterwegs. Jawohl. Befehl verstanden. Gut. Fällt eine Frau für den einsamen Gärtner. Das sind halt aktuell tatsächlich keine Nebenaufträge, wie es aussieht. So, und durch ist die Hauptaufträge. So, erst mal beschleunigen und speichern. Wir hätten erst speichern, dann beschleunigen müssen. Egal. Ein Steinbruch ist schon wieder fast leer. Wie immer. Das Lagerhaus ist voll. Das Lagerhaus ist voll. Wie müssen wir das Gebiet da oben erstmal nehmen gehen? Sofort. Oder generell alle Gebiete, die wir noch nicht besitzen, nehmen. Sofort. Alles klar. Ganz wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Das ist ja nicht mehr viel. Sofort. Jawohl. Befehl verstanden. Befehl verstanden. Sofort. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Sofort. Gut. Tausend. Ja, tausend können wir uns aus dem Handgelenk schütteln. Das ist kein Problem. Das Lagerhaus ist voll. Wenn wir uns irgendwo befestigen, dann am besten hier hinten in diesem Bereich so. Alles klar. Befehl verstanden. Flair ist wohlbehandeln angekommen. Ganz wie ihr wünscht. Ich habe nicht Nerven, mich um ein Kind zu kümmern. Soll der Priester auf das Mädchen aufpassen. Befehl verstanden. Er wird wohl so viel Anstand haben, die Finger auf den Kindern zu lassen. Hohoho. Wir haben ein Territorium eingenommen. Kann man sich mit Priester nicht immer zu sicher sein? Jawohl. Schon unterwegs. Jawohl. Das Lagerhaus ist voll. Was mich übrigens immer noch massivst verstört überhaupt. Das gesamte Konzept. Der gesamte Umstand, dass es in derartigen, sagen wir mal, Wächterfunktionen derartige Leute gibt. Und dabei rede ich nicht mal nur spezifisch von der, nennen wir es, Neigung. Ich rede eher von der Bereitschaft, Schutzbefohlene, derartige zu missbrauchen. Das an sich ist auch schon... Nein. Einfach nein. So, wo finden wir eigentlich eine Frau? Denn wir wissen, Leonardo hat Frauen inzwischen schon längst erfunden. Oh. Oh. Und das ist, wenn man eine Hungersnot bekommt? Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Den Übrigen haben wir niemals ausgebaut. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Dein Metz. Schnauze. Werden wir Hauptgebäude auszubauen. Wir haben unsere Kirche bisher... Niemals... Doch, okay. Einen Ausbau hatten wir gemacht. Genau. Die sah für mich ganz kurz so aus, als ob sie noch niemals ausgebaut worden wäre. Ich wollte mir schon selbst Gewalt antun. Worauf ich hinaus wollte, ist auf jeden Fall die Aussage, dass, äh... Es ist eine Sache, eine derartige Neigung zu haben und sie zu unterdrücken. Es ist eine ganz andere, spezifisch... Es ist eine Rolle, eine Rolle aufzusuchen, wo man sie, äh... Ausleben kann. Jawohl. Ganz wie erwünscht. Sofort. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Alles klar. Befehl verstanden. Sofort. Apropos. Befehl verstanden. Irgendjemand ist schon da drauf gegangen. Auf euren Befehl. Da. Geben wir Turbo. Wir haben aber noch zwei Kisten zu suchen, tatsächlich. Nicht wahr? Stimmt. Wir haben... Wir haben aber noch zwei Kisten, die uns noch fehlen. Zwei Kisten und eine Frau. Leber. Sofort. Oder, ähm... Sterbe. Sofort. Ei. Ganz wie erwünscht. Ganz wie erwünscht. Ah, in der Stadt. Jawohl. Irgendwie ignorieren wir die Stadt immer sehr schnell. Wenn es um Orte geht, wo man sich umschauen kann. Es gibt hier verschiedene Frauen, die man sich nehmen kann. Die hier sieht so einsam und verlassen aus. Und sie sind einfach direkt ins Blick gefallen. Wie bitte? Ihr habt Angst vor euch den Fingernagel abzubrechen? Schon unterwegs. Wir sind doch zwar sowieso nicht wert gewesen. Ein Fleck auf eurem Kleid und ihr würdet umgehen? Tot und fallen? Auf euren Befehl. Ganz wie ihr wünscht. Befehl verstanden. Würmer und Käfer rufen bei euch Brechereiz hervor. Sonne mögt ihr auch nicht. Ja, dafür lebt man im falschen Biom. Hm. Das kann doch nicht sein. Irgendwer wird sich doch für einen Junggesell mit grünen Daumen interessieren. Auf euren Befehl. Sofort. Auf euren Befehl. Alles klar. Jawohl. Irgendwer bestimmt... Niemand hat gesagt, dass sie lebendig sein muss. Ganz wie ihr wünscht. Okay, sie ist lebendig. Gut, das ist beruhigend. Greta Mutterkorn. Habt ihr, das war jetzt schon sehr stark gefragt, ob sie bereits einen Mann die Treue geschworen haben? Was habt ihr denn davon? Ich suche eine Frau für einen Gärtner. Er ist seit Jahren auf sie allein gestellt. Schon seinem Haus sieht man an, dass er eine Frau braucht. Doch es scheint, als seien bereits alle vergeben. Oder was auch immer die ganzen anderen Stadtfrauen hier als Ausrede vorgebracht haben. Ach, ich bin um noch zu haben. Zugebe, ich habe eure Mühen belauscht. Ich kannte Benjamin schon, als wir beide noch klein waren. Er ist meine Jugendliebe und ich liebe ihn immer noch. Ich bin mir sicher, dass er mich auch liebt. Ah, das ist ja großartig. Ich könnte gleich mitkommen. Er wohnt abseits der Stadt in einem einsamen Haus. Ihr riecht schon von Weitem die Blumen. Das ist ja was plötzlich. Ich muss mich jetzt frisch machen. Wir wollen nicht, dass er einen schlechten Eindruck von mir bekommt. Aber ich würde mich dann auch umgehend auf den Weg machen. Du musst 40 Kilometer laufen. Ich glaube, frisch machen kann warten, bis du da angekommen bist. Jawohl, sofort. So. Alles klar. Ein bisschen Schub geben. Wo haben wir jetzt? Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Oh. Ich bin fort mit dir. Hier haben wir weiteren Fisch. Ob zwei einsamen Herzen zueinander gefunden haben. Wir haben inzwischen angefangen, sich zu hassen. Die Grundlagen für eine perfekte Ehe. Schnell speichern. Oh, wie ich sehe, habt ihr ein... Habt ihr ein guter Ehe gefunden? Ich fürchtete schon, meine Wegbeschreibung wäre zu vage gewesen. Ja, die Beschreibung war richtig nutzlos. Ich hatte mich verlaufen. Und nur durch Zufall stieg mir der Duft von Blumen in die Nase. Dann wusste ich sofort, wo ich hin musste. Sie hat mir in der Liebe gestanden. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich liebt. Könnt ihr euch vorstellen, wie glücklich ich gerade bin? Wir haben beschlossen, so schnell wie möglich zu heiraten. Wir werden ja nicht jünger. In Cervo, die Tessitore, sind die Felder verdorrt. Ihr habt bestimmt ein Rezept gegen die unfruchtbare Erde auf den Ackern. Natürlich, dieser Mittel sollte die Felder wieder fruchtbar machen. Das muss natürlich jedes Jahr wiederholt werden, aber darum werde ich mich kümmern. Einfach wegdüngen, das ganze Feld. Und jetzt, mein Schatz, leg dich hin. Denn ich werde mein Lieber auf dich herabregnen lassen und tausend rote Rosen sollen vom Hügel herniederfallen. Bitte entferne vorher die Dornen. Mit dem Dinger, den mir der Gäldner gegeben hat, kann ich die Felder wieder bewirtschaften. Ach, ist das nicht romantisch? Befehl verstanden. Der Geist des alten Gäldners wird auch bestimmt erfreut, seine Sonne mit einer Frau zu sehen. Nun wird er bestimmt seinen Frieden finden. Der alte Spannergeist. Wenn ich die Tessitore auf die Felder von Cervo die Tessitore verteile, wird das Land wieder fruchtbar. Dann werden sie sich einem Handelsvertrag sicher zustimmen. Sofort. Ganz wie ihr wünscht. Ganz wie ihr wünscht. So. Blumenzart und fein von vergänglicher Schönheit. Und wie so oft sah ich, wie etwas in Altes verging, um Platz für das Neues zu schaffen. Die alte Blüte ward weg, doch ihre Zwiebeln entwuchsen neue Triebe. Etwas Altes stirbt, damit etwas Neues entsteht. Der Kreis des Lebens, an dessen Ende ich stand. Ich habe eine Frau für euren Sohn gefunden. Er scheint glücklich zu sein. Außerdem hat er mir das Wundermittel ausgelenlicht, mit dem man ausgetrockneten, toten Broten Leben einhauchen kann. Dann hat er das Rezept also endlich gemeistert. Aber viel wichtiger ist, dass er seine Tage nicht mehr allein fristen muss. Und mit etwas Glück räumt sie mal das Haus für ihn auf. Als ihr zuvor verwüstert, weil ihr der Meinung wart, dann sucht er sich eine Frau. Jetzt könnt ihr in dieser Welt sorgenfrei den Rücken kehren. Das stimmt. Ich kann stolz sein auf das, was ich zurücklasse und auf die Erinnerungen, die ich mit mir nehme. Und wir sind Rüstmeister geworden. Oh, Rüstungsmeister. Was macht das? Haben wir mehr Leben bekommen? Einfach als Bonus. So, plus 25% auf den Effekt von Ausdauer. Ja, wir haben wirklich einfach mehr Gesundheit gekriegt. Das heißt, es fehlen noch Inferno, Gegenschlag und Ertragen. Und wir können natürlich wieder weiterbilden. So. Wir erhöhen unsere Kraft mal. Wir erhöhen definitiv die Magie. Und ich würde sagen, wir erhöhen auch unser Glück. Chance und dreifachen Schaden können wir gerne erhöhen. Erstmal können wir die Zwischenwelt wieder verlassen. Und immer noch gibt es zwei Kisten, die wir nicht gefunden haben. Wo seid ihr? Ja genau, wir haben das noch nicht gemacht. Und der ist gerade jetzt angekommen. Ich verdächtige natürlich jede Form von Klippe. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, die könnte genauso gut unter irgendwelchen Gebäuden liegen. Denn jetzt könnten diese beiden Kisten wortwörtlich überall sein. Ich habe das Gefühl, bei diesem See könnte etwas sein. Nein. Aber bei diesem See. Ich hätte bisher nicht gesehen, dass bei diesem Dorf eine Kiste gewesen wäre. Nein, das sind Pilze. Es ist wieder jemand gestorben. Könnte dich für fünf Minuten am Leben bleiben.